OpenValue ist ein Unternehmen, wo wirklich leidenschaftliche Java-Experten sich zu Hause fühlen und gemeinsam mit anderen Experten immer besser werden. Audit-Sharing ist für mich ganz klassisch das Teilen und Vermitteln von Wissen, sei es durch Artikel oder auch Vorträgen auf Konferenzen, Meet-Ups oder was es sonst noch gibt. Und OpenValue hilft mir dabei, indem ich mir einfach neben meinem Projekt Zeit nehmen kann, daran zu arbeiten. Und wir haben ein großes Netzwerk an erfahrenen Speakern, auf die man zurückgreifen kann, die man dann mit wertvollem Feedback unterstützen können. Besonders gefallen und OpenValue hat mir, dass es eine Firma ist, bei der man selber in der Lage ist, viel zu gestalten und man selber auch Teil des Unternehmens ist. Das heißt, es ist nicht eine Firma, die existiert und arbeitet für diese Firma, sondern man ist diese Firma. Dadurch, dass man kleine Teams hat, dadurch, dass man keine Hierarchie hat, keine großartige und tatsächlich danach strebt zu lernen und sich weiterzubilden und andere weiterzubilden. Indem sie eher das Wissen, was sie haben und diese Expertise auch mit der Community und anderen Unternehmen teilen, profitiert eigentlich jeder davon und das ist das Unternehmen, was OpenValue ist. Musik 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 Musik